So, hier ist Bailey nochmal, diesmal ohne Leine. Wir probieren es jetzt. Ich habe einen Weg gesucht, auf dem viele Fahrradfahrer unterwegs sind, wie vorhin auch. Dann schauen wir mal. Bailey, los! Und Bailey hat gut gemacht. Weiter! Bailey, zu mir! Weiter! Gut! Weiter! Bailey, halt! Gut gemacht! Weiter! Bailey, zu mir! Ja, jetzt ist die Baustelle interessanter als ich. Bailey, zu mir jetzt! Aber es klappt! Jetzt leckerli! Und weiter! Ein letztes Mal noch. Bailey, halt! Hey! Gut gemacht! Weiter!